Was ist Proof of Work und Proof of Stake? Also wenn irgendwelche Blöcke gebildet werden und Transaktionen da reingehängt werden, die dann bestätigt werden, dann soll das ganze Netzwerk sich darauf einigen, dass das die Sequenz ist, der vertraut wird oder die verwendet wird und keine andere. Proof of Work funktioniert jetzt so, dass zur Bestätigung dieser Blöcke bzw. zum Anhängen des nächsten Blocks bestimmter Aufwand notwendig ist. Also deswegen Proof of Work Arbeitsnachweis. Es wird also eine kryptografisch, in diesem Fall schwierige Aufgabe gestellt und wenn die gelöst wird, korrekt gelöst wird, dann wird ein neuer Block an die Blockchain angehängt mit dieser Information. Das heißt noch nicht, dass wir dann Konsens haben, da kommen wir dann gleich dazu, aber diesen ersten Schritt muss man zuerst einmal verstehen. Das heißt, es gibt einen Block und dieser Block, also Transaktionen wurden gesammelt, der Block ist voll und jetzt soll er bestätigt werden. Was muss man machen? Man möchte eine Aufgabe haben, die einen Aufwand verursacht in der Berechnung, die aber ganz einfach nachgeprüft werden kann. Also es hilft uns nichts, wenn dann alle Clients im Netzwerk erst recht wieder Rechenaufwand investieren müssen, um zu prüfen, ob die Aufgabe korrekt gelöst wurde. Bei Proof of Work im Bitcoin-Bereich, und das ist ein gängiger Ansatz, wird ein Hashwert berechnet. Und zwar nicht irgendwie, sondern es wird eine gegebene Zeichenkette, die sich aus dem Block errechnet, den wir bestätigen wollen, muss um eine bestimmte Bitfolge ergänzt werden, so dass, wenn man dann den Hashwert mit einem bestimmten Algorithmus bestätigt, die ersten N-Bits dieses Hashes Null sind. So, da müssen wir uns jetzt nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen, was ein Hashwert ist. Bei einem Hashwert ist es so, dass wir einen bestimmten Satz an Daten haben. Die sind schon da, die kennen wir, und wir wollen dann einen Hash berechnen. Jetzt haben wir vorhin gesagt, es ist einfach, den Hash aus diesen Daten zu berechnen. Es ist aber schwierig, vorherzusehen, wie dieser Hash ausschauen wird, beziehungsweise vom Hash zurückzurechnen, welche Daten man braucht, um einen bestimmten Hash zu erhalten. Und das ist jetzt genau die Schwierigkeit an dem Ganzen. Wir haben nämlich zwei Fixpunkte in diesem Algorithmus, in diesem Proof of Work Algorithmus. Das sind die Daten, die wir bereits haben, und ein bestimmter Anteil des Hashwertes. Also, wir sagen, in unserem Hashwert muss ein bestimmter Anteil Nullen sein, zu Beginn. Und, wie gesagt, rein von der Mathematik, die dahinter steckt, ist es schwierig, das einfach so rückzurechnen, welche Daten zu Hashwerten führen, die genau diese Eigenschaft mit diesen führenden Nullen aufweisen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die man üblicherweise hat, ist auszuprobieren. Das heißt, Daten reinzustopfen in diesen Hashalgorithmus und schauen, was rauskommt. Und wenn man zufällig tatsächlich eine Datenkonstellation findet, die zu einem passenden Hashwert findet, dann hat man das Rätsel gelöst. Das funktioniert jetzt so, dass, wie gerade gesagt, zu den bestehenden Daten ein bestimmter Satz an Bits hinzugefügt wird. Und da probiert man einfach aus, welche Konstellation an Bits denn dazu führt, dass der geforderte Hashwert rausfällt. Das ist immer grundsätzlich die Funktionsweise. Wie gesagt, bis man zu einem passenden Hash kommt, muss man wahrscheinlich relativ oft probieren. Wie oft man probieren muss, hängt davon ab, wie viele Nullen man denn hier im Hashwert fordert. Je mehr das sind, desto mehr vom Hashwert ist vorgegeben, desto schwieriger ist die Aufgabe zu erfüllen. Und darauf beruht auch das Bitcoin-Netzwerk. Man kann also nicht beliebig einfach Rechenleistung draufwerfen und sagen, ich investiere jetzt einfach in Rechenleistung und übernehme dadurch die Bestätigung der Transaktionen doch ohne großen Aufwand. Also schon mit großem Aufwand, aber in relativ kurzer Zeit. Nein, diese Schwierigkeit passt sich dynamisch an. Das heißt, je nach Dauer der Bestätigung eines Blocks, also wie lange das im Durchschnitt dauert, wird in regelmäßigen Abständen diese Schwierigkeit im Bitcoin-Netzwerk angepasst. Und dadurch steigt dann die Zeit wieder. Also im Schnitt, bleiben wir jetzt beim Bitcoin-Beispiel, soll die Bestätigung eines Blocks 10 Minuten dauern. Wenn das kürzer wird, geht man davon aus, dass die Rechenleistung im Netzwerk höher geworden ist. Dadurch wird dann beim nächsten Intervall die Schwierigkeit erhöht und dann dauert es im Schnitt wieder 10 Minuten. Genau. Diesen Prozess, die Suche einer passenden Bit-Folge, die zu einem bestimmten Hashwert führt, das ist das, was man im Bitcoin-Netzwerk als Mining bezeichnet. Das ist eben einerseits das Bestätigen von Blöcken. Wenn man sowas gefunden hat, dann kann man den Block bestätigen und erhält auch, das ist aber jetzt spezifisch für die Kryptowährungen, eine Belohnung dafür. Es entstehen nämlich dadurch auch neue Block-Bitcoins in dem Fall, die dann in der Blockchain ebenfalls angehängt werden und damit bestätigen, als Transaktion angehängt werden und damit bestätigen, dass der Miner, der diesen Wert gefunden hat, als Belohnung bestimmte Bitcoins erhalten hat. So wird einmal grundsätzlich ein Block bestätigt. Also wir suchen nach einer Bit-Folge, die für die gegebenen Daten zu einem Hash mit bestimmten Eigenschaften führt. Damit haben wir immer nur keinen verteilten Konsens, weil das hat jetzt genau ein Miner gefunden. Wenn der Miner das aber findet, dann wird diese Information im Netzwerk verteilt. Man nennt das, also was verwendet wird, ist ein sogenannter Flooding-Algorithmus. Das heißt, es wird tatsächlich einfach relativ ineffizient vom Netzwerkdatenverkehr her an alle registrierten Bitcoin-Nodes, die im Netzwerk drinnen hängen, diese Information verteilt. Es gibt aber, und das ist jetzt wichtig, immer noch keine zentrale Instanz, die sagt, okay, das ist jetzt die richtige Information. Es könnte ja prinzipiell auch sein, dass mehrere Miner in einem ähnlichen Zeitraum eine passende Lösung für das Rätsel finden. Und wenn, das Flooding dauert natürlich auch Zeit, wenn diese Information dann von zwei Stellen im Netzwerk durchpropagiert, also quasi hier findet einer diese Information, hier findet einer diese Information, dazwischen sind Knoten, die diese Information noch nicht haben, dann verteilt sich diese Information einmal von dem Knoten hier. Diese beiden bekommen es vielleicht zuerst von dem, der bekommt es zuerst von dem. Und wir haben dann per se einmal eine inkonsistente Blockchain, was ein Problem ist. Deswegen gibt es die Konvention, dass jene Blockchain die richtige ist, der die Mehrheit der Teilnehmer vertraut. Und das heißt, in unserem Fall wäre das jetzt quasi die Blockchain, die der da, dieser Erste, gefunden hat, weil dem vertrauen die anderen beiden und der noch nicht. Und der wird dann irgendwann einmal untergehen, weil dem vertraut nur einer. Wie machen die dieses Vertrauen jetzt fest? Das Vertrauen macht sich fest daran, welche Blockchain denn die längere ist, also wo mehr Blöcke drinnen hängen. Die Überlegung ist folgende, für die Bestätigung eines Blocks brauchen wir ja Aufwand. Und weil da Aufwand und damit Kosten dahinter stecken, vermuten wir, dass dort, wo die meisten Blöcke drinnen sind, auch die meiste Rechenleistung drinnen steckt und dass das die vertrauenswürdigere Blockchain ist. Was bedeutet das jetzt in letzter Konsequenz? Das bedeutet, dass man nicht sicher sein kann, dass ein Block, der gerade bestätigt wurde, auch der ist, dem langfristig vertraut wird. Erst wenn dieser Block nach hinten rutscht, je länger dann die Folge an Blöcken ist, die davor hängen, desto vertrauenswürdiger wird dieser Block, desto länger wird die Blockchain. Es kann also passieren, wenn sich im Netzwerk ein sogenannter Fork bildet, also wenn an unterschiedlichen Stellen gleichzeitig oder quasi gleichzeitig eine Lösung des Rätsels gefunden wird, dass dann zwei konfliktionierende Blockchains existieren, wo man nicht von vornherein sagen kann, welche sich durchsetzen wird. Das bildet sich erst mit der Zeit heraus. Auf der anderen Seite kann man, und auch das ist bei Kryptowährungen passiert, das auch ganz bewusst machen, ganz bewusst einen Fork machen, um zum Beispiel zu sagen, okay, in meinem Wirkungsbereich gilt ab sofort die eine Blockchain und was der Rest der Welt macht, ist mir egal. Da kann gerne die andere weiter wirken. Soviel zum Proof of Work. Wie gesagt, wichtig ist hier zu verstehen, wie das Bestätigen der Blöcke funktioniert und das über die Annahme, dass die Rechenleistung und die damit verbundenen Kosten die Vertrauenswürdigkeit steigern. Je mehr Rechenleistung in einer Blockchain steckt, desto vertrauenswürdiger ist sie. Dadurch wird der Konsens hergestellt. Das heißt, je mehr Knoten eine lange Blockchain haben und dieser Vertrauen, desto vertrauenswürdiger ist die dann insgesamt und über die Zeit stellt sich so ein konsistenzer Zustand im Netzwerk ein, wobei jeweils der letzte Block oder die letzten Blöcke immer wieder noch volatil sind, das heißt, nochmal rausfallen können, weil vielleicht irgendwo konfliktionierende Information besteht. Ein grundlegend anderer Ansatz ist der Proof of Stake-Ansatz, den nur ganz kurz, weil der noch nicht sehr viel praktische Relevanz hat. Die Idee ist hier im Gegensatz zum Proof of Work, wo also Rechenleistung reingesteckt werden muss, was, wie man beim Bitcoin-Netzwerk mittlerweile sieht, direkte Umweltauswirkungen hat, was zu Problemen führt in der realen Welt, dass man einen sogenannten Anspruchsnachweis einbringt. Das bedeutet, dass der Konsens so hergestellt wird, dass ein Knoten zufällig ausgewählt wird, der bestimmen darf, welche Transaktion denn als nächstes in die Blockchain eingehängt wird. Diese Zufallsauswahl ist zwar zufällig, die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Knoten gewählt wird, ist allerdings nicht gleich verteilt, sondern wird so verteilt, dass die Clients, die validieren dürfen, dadurch bestimmt werden, dass sie einen Teil des Guthabens, also des Dateninteresses, das sie haben, zum Beispiel dann bei einer Kryptowährung einen Teil des Kryptoguthabens, in einen Account einzahlen, also sperren, sich dazu committen, dass sie ihn nicht ausgeben und je höher dieser Betrag ist, den sie hinterlegen als Sicherheit, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieser Teilnehmer den neuen Block bestätigen darf. Das heißt, je höher dieser Stake ist, also je höher das Guthaben ist, desto eher kommt man an die Reihe, einen Block zu bestätigen. Und über diesen Stake ist dann festgelegt, dass die anderen Teilnehmer auch vertrauen.